Hallo, ist da jemand? Ja, hallo Leute, ich bin StrollonFunter und ich hab heute für euch ein, äh, Dings auf meinem Kanal, ein Black-Cox-Gameplay vom Krüsi-Aktis über Schwul und Scheiße. Und deswegen verlinke ich ihn auch in meiner Kanal-Beschreibung, ähm, Dings-Video-Beschreibung. Da unten müsst ihr jetzt draufklicken, sonst, ähm, äh, ja, ich weiß schon, sonst komm ich heute in der Nacht zu euch und warte im Kasten oder unter eurem Bett. Je nachdem, wenn ihr ein Bett habt, das ein Kasten drunter hat, dann warte ich da natürlich nicht, weil ich will noch ein Leben. Naja, gut, aber, egal. Das heutige Thema, das heutige Thema, das ist, ähm, Scheiße, äh, das ist Halloween. Ich wollte mal über Halloween reden, ich mein, eigentlich interessiert mich ja ein feuchten Furz, was ihr in Halloween macht, aber ich hab mir ein Beispiel in diesen Game of Fanta genommen, der meinte so, ja, das ist wichtig, dass man die Leute fragt, was sie machen. Eine Videofrage ist allgemein wichtig, meinte so, ja, was ist das für ein Spaß mal wieder, aber okay, dann mach ich ihm nach. Oder, äh, was macht ihr heute zu Weihn... äh, zu Weihnachten, ne? Also für mich ist Halloween wie Weihnachten. Und was macht ihr heute zu Halloween, wollte ich euch fragen. Vielleicht, keine Ahnung, geht ihr in die Clubs, macht die Clubs unsicher, so wie ich, das werd ich auch machen, aber ich werd da... Ähm, oder vielleicht werdet ihr eure Freundin rammeln, ich weiß es nicht. Vielleicht zieht ihr auch in die Häuser und werft ihr eure Eierschalen um euch, keine Ahnung. Ich werd heute vermutlich noch ein bisschen meine Messer schleifen, hier die Ranger Akimbo liegen auch neben mir. Also, besser, äh, Barrette Akimbo, ja, ich bin nicht pro. Werd auch die Clubs etwas unsicher machen, ich weiß nicht, vielleicht stech ich hier und da noch einen ab, ich weiß es noch nicht. Ähm, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, aber schreibt mir in die Kommentare, ähm, was ihr so zu Halloween macht. Und, du, warte mal. Scheiße, komm, komm, komm. Hallo? Ja, ähm, ich, ich war... Was, was machst du da? Das ist nicht das, wonach es aussieht. Was machst du, du kommentierst? Nein, nein, das ist kommentiert, das ist schon wieder... Du sagtest, du willst nicht kommentieren, du oberscheißsspaß, was ist denn... Ihr Freund, ich schade das, der geht zu weit. Ihr werdet, du ihre Busfahrer, komm, her, was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Was ist mit dir so scheitern? Du bist so, Alter! Du bist so, Alter! Es tut mir leid, aber, ähm, wer so, ähm, redet, der muss einfach bestraft werden, gut. Oh, ja, schade, das war jetzt mein erstes Kommentar, aber das Game ist leider schon zu Ende. Wie gesagt, da grüße ihr acht, was es gespielt, ähm, schaut's in die, auf so einen Kanal vorbei, schaut's in die Videobeschreibung. Es geht 30 zu 0 aus, tut mir leid, dass ich heute eine Pfanne umgebracht habe, aber diese schwule Sau. Na gut, schreibt auf jeden Fall in die Videokommentare, was ihr heute noch zuvor habt, und ich bin raus damit! Ja, ich bin raus damit!